Kai, ganz zu Beginn, dieses Podcast ist eine Frage im Raum, die muss ich dir stellen, weil alles andere danach sonst keinen Sinn machen würde. Du hast einen Redakteur, einen Avatar eines Redakteurs, eines großen deutschen Wochenmagazins gebaut. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, das ist eigentlich schneller passiert, als wir dann gedacht haben. Es fing alles an mit einem kleinen Experiment Ende letzten Jahres. Da hat sich einer unserer Tech-Kollegen überlegt, Mensch, ich will doch lieber eigentlich Sachen bauen, programmieren und diese ganzen Meetings, die moderiert werden müssen, das nervt mich. Da baue ich doch mal einen Klon von mir, damit er die Moderation und solche Themen übernimmt und ich mich auf meinen eigentlichen Job konzentrieren kann. Und daraus wurde dann relativ schnell, wo könnte man das noch anwenden, was ist ein sehr plakativer, für alle verständlicher Fall? Und dann sind wir so ein bisschen darüber gekommen, dass man beim Lesen von Artikeln oft das Gefühl hat, ich will was genauer wissen, recherchieren. Also oft hat man ja bei den Medien das Gefühl, mir fehlt der Kontext, was war da vor zehn Jahren. Also lauter so Dinge, die offen bleiben. Was ich heute habe, ist, ich kann einen klassischen Leserbrief schreiben oder kann einen Kommentar drunter setzen. Da haben wir gesagt, das wäre doch ein möglicher Anwendungsfall. Und sind dann ruckzuck natürlich eine riesen Resonanz bekommen von mehreren Redaktionen und auch Magazinen, die da Interesse hatten und haben dann relativ schnell gesagt, ruckzuck ist der 24-Stunden-Self-Versuch da. Diesen Prozess zu überlegen, geht das überhaupt, einen Klon zu erstellen, wo er ja erst mal zuckt und sagt, von einem Menschen ein Klon, auf gar keinen Fall, schon gar kein Digital Twin. Und ruckzuck waren wir in der Geschichte drin. Der Kollege saß bei uns im Berliner Büro und wir hatten einen Tag Zeit, um das auszuprobieren. Und es war sowohl ein Riesenspaß als auch ein Riesenerlebnis, was so den Erkenntnisgewinn angeht. So sind wir da hingekommen. Also das ging alles Schlag auf Schlag, muss man sagen. Jetzt muss ich, ich gebe es zu, das ist wahrscheinlich ein ganz blödes Vorurteil, aber ich muss zugeben, bei Avataren denke ich immer noch an das, was so, ich glaube, vor einem guten Jahr von Mark Zuckerberg durch das Netz lief, als er dann irgendwie sein Metaversum angekündigt hatte. Und dann sagte er, guck mal, das ist so quasi mein Klon, ich, der Mark Zuckerberg-Avatar. Und er sah dann irgendwie aus wie eine rührende Programmierübung eines Sechsklässlers. Was mich zu der Frage führt, ist man schon weiter, seid ihr weiter bei diesem Avatar? Wie täuschend echt ist dieser Avatar dieses Redakteurs? Ja, ich glaube, man muss mal vorweg schicken, dass wir den niemals Avatar nennen. Ich muss da immer an den Film denken und leider hat man da bestimmte Sachen im Kopf. Das geht übrigens alles rund um KI, wo jeder irgendwie sofort an Roboter denkt und Roboter zeigt, obwohl es im Zweifelsfall mit Robotik gar nichts zu tun hat oder haben könnte. Das machen wir eigentlich nicht. Also warum benutzen wir den Begriff Digital Twin? Den kennt man normalerweise, wenn man einen digitalen Zwilling von Güterwaggon hat und kann in Realtime sehen, geht es dem gut? Was haben wir gerade für Probleme? Da kennt man das nicht so richtig von Menschen. Aber wir haben es ein bisschen technischer dort gewählt, um irgendwie was möglichst unbelastetes zu nehmen. Ein Avatar selber ist immer mit so einem, egal ob schlau, dumm oder wie es aussieht, belasteten, irgendwo für mich agierenden Akteur. So ein bisschen wie in einem Film, ehrlich gesagt. Und das ist es für uns überhaupt nicht. Für uns hängt zum Beispiel an dem Digital Twin. Der funktioniert auch großartig, wenn der gar keine Visualität hat. Also der muss nicht auftreten als Avatar. Ich kann ja alle möglichen an Interaktionsformen finden. Eine davon könnte Avatar-artig sein, ist unserer gar nicht gedacht. Deswegen hängen wir gar nicht so an der Avatar-Thematik. Der Unterschied zu dem relativ creepy aussehenden Mark Zuckerberg in seiner 3D-Variante, bin ich komplett bei dir. Der Sprung ist riesig. Da sind wir überhaupt nicht. Wir haben das auch gar nicht das Ziel. Man sieht das jetzt auch viel in Game-Entwicklung, dass natürlich jetzt das mit das Spannste, was mit KI passiert, dass die Synergien entstehen, weil die verschiedenen Disziplinen, egal ob Sprache, ob Bild, ob bestimmte Objekterkennung, alles kommt plötzlich zusammen, weil es mit den Language Models verbunden werden kann. Und das schafft natürlich neue Möglichkeiten. Wir werden natürlich super realistische, tolle Avatare in Spielen sehen, in denen ich mich ganz normal menschlich unterhalten kann und denke, das kann jetzt alles nicht sein. Das muss ein anderer Spieler sein irgendwo auf der Welt. Das werden wir schon sehen. Aber das war nicht unser Ziel. Also wir wollten nicht einen Avatar bauen im Sinne von den Redakteur ablösen, sondern wir wollten die Potenziale aufzeigen. Was macht das mit uns? Wie Fallschirmspringen werden wir einfach erst mal ausprobieren? Gucken, was wir dabei lernen, weil dann können wir mitreden. Dann haben wir es tiefer gelegt, dann haben wir alle Dimensionen betrachtet und dann kann ich bis zum gewissen Grad auf einer Wissensbasis sagen, aha, wenn jetzt jemand Avatar, Twin, Assistant, Co-Pilot und was da alles rumgeistert für irgendwie so eine Teilmenge von dem Gleichen, dann kann man mitreden. Und das war eher so unser Ziel. Den Avatar würde ich ein bisschen zur Seite nehmen. Digital Twin ist für uns noch die neutralste Begrifflichkeit für dieses Übungsfeld, was wir dort haben. Chef von Google würde es jetzt vielleicht Co-Pilot nennen oder von Microsoft. Das sind aber alles Facetten von dem, was wir da gerade, glaube ich, gemeinsam beobachten, was passiert. Du hast gerade von den potenziellen Einsatzmöglichkeiten, von den Potenzialen eines solchen digitalen Zwillings gesprochen. Welche hat er denn nach eurer Erfahrung bisher? Also zunächst mal, um kurz bei dem Redakteur zu bleiben, ist es super spannend, was man dort lehrt, wie weit man kommt. Man ertappt sich so als Leser leicht dabei und sagt, jetzt habe ich so einen Klon mit der gleichen Stimme, einer gewissen gleichen Charakteristik, Sprechart wie der Redakteur selber. Der erzählt mir jetzt irgendeinen Artikel, was er recherchiert hat, hat ein Gespräch mit irgendeinem Prominenten geführt. Man denkt so, das ist eigentlich super, ich kann mich unterhalten, ich kriege die gleichen Informationen raus. Man ertappt sich dabei zu sagen, ich unterhalte mich viel lieber, als ich den Artikel jetzt lese im Frage-Antwort-Spiel, wo eine gewisse Reihenfolge vorgegeben ist. Ähnlich wie wir beide gerade sprechen, so kann ich plötzlich zu einer Thematik mich unterhalten, was viel mehr meins ist, viel interaktiver ist, statt zu sagen, ich muss jetzt Frage-Antwort, Frage-Antwort genauso lesen. Und diesen Effekt, den haben wir an ganz vielen Bereichen, das heißt so mit ein spannendes Thema, was sofort in die Industrie gegangen ist. Wir hatten einen Kontakt daraufhin auch mit einem großen Tech-Unternehmen, die zum Beispiel sagen, aha, so ein Mechanismus zwischen zum Beispiel zwei Abteilungen zu haben. Das heißt, sie haben gesagt, wir haben eine Business-Abteilung, die sammelt bei uns die ganzen Daten, das sind die Schlauen, die heißt, das sind hier die Datenabteilungen und dann haben wir ja die ganzen Bereiche, die damit arbeiten müssen, diese Insights gerne hätten. Man kennt das aus großen Konzernen, da kommt A nicht zu B, da wartet man dann zwei Jahre auf eine Frage und eine Antwort. Und die haben gesagt, können wir da nicht so eine Art Science-Coach zwischendrin einsetzen, so ein Dolmetscher, genau in Form so eines Digital Twins. Die eine Seite kann den trainieren und kann sagen, hey, immer so den letzten Geek- und Nerd-Wissensteil rein und die andere Seite im Business kann sagen, erklär mir doch mal bitte die Markt- oder Produktentwicklung oder Thematik XY wie einem Fünfjährigen. Und beides geht plötzlich, was Organisationen, Organisationsentwicklung, was Horden von Menschen und vielleicht reale Coaches auch normalerweise beschäftigt, das irgendwie möglich zu machen, kann ich hier unterstützend einsetzen, gerade bei den Datenmassen, weil die haben dann irgendeinen riesen Wiki, da ist unglaublich viel Wissen drin, was das ganze Unternehmen gerne hätte. Beim Daimler sagt man immer, wenn der Daimler wüsste, was der Daimler weiß. Ja, und so ist bei anderen Unternehmen auch. Und wenn ich plötzlich das Unternehmenswissen, die Schätze zugänglich machen kann, ohne mich an den Menschen, an den ganzen Organisationen abzuarbeiten, die an Grenzen da kommen, einfach auch aufgrund der Datenmenge, super. Und das wäre für eine gute Idee, so einen Science-Coach zu haben, der einfach Dolmetscher macht, der kommuniziert zwischen zwei Abteilungen. So, und das muss der nicht als Avatar, der braucht auch nicht unbedingt ein Gesicht. Das kann der auch in einem beliebigen Interaktions-Interface, völlig egal. Hauptsache, diese Kommunikation findet statt, dieser Austausch. Das sind zum Beispiel, also es ist ein sehr plakativ, ist ein schöner Anwendungsfall. Und die gibt es aber, im Endeffekt gibt es nicht so richtig ein Limit, weil wir haben ja jetzt eine Technologie mit den Large Language Models. Also ich sage immer, wir haben jetzt lange uns damit beschäftigt, zu verstehen, wie Computer ticken und Programmiersprachen auf die 0 und 1 Ebene runterzubringen. Jetzt haben wir den Computern beigebracht, so zu denken, in Anführungsstrichen, und so ticken wie wir. Das heißt, wir haben ihnen menschliche Sprache beigebracht. Das heißt, sie fangen jetzt die Probleme an zu lösen, wie wir es machen und drehen den Spieß rum. Und auf diesem Potenzial gibt es erstmal alles, was irgendwie ein Interface ist, eine Interaktion ist, ist potenziell gerade auf dem Prüfstand. So wie du das geschildert hast vorhin, du hast gesagt, so, wir sind da hingefahren zu diesem großen Magazin, hatten dann so und so lange Zeit, das war nicht viel, und dann haben wir das mal eher gemacht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das so mal eben als Nebenbei-Projekt irgendwie funktionieren kann. Wie lange habt ihr denn tatsächlich daran gearbeitet, diese Idee in die Praxis umzusetzen, diesen digitalen Zwilling eines Redakteurs zu entwickeln? Also, natürlich hat es jetzt in Zeit gesprochen ein paar Monate Vorlauf gehabt, aber netto muss man wirklich sagen, also wenn man es komplett runterdampft, sind es wahrscheinlich netto zehn Tage, wo sich zwei, drei Leute intensivst einschließen, für die erste Iteration das möglich zu machen. Und das zeigt die jetzige Zeit auf, einfach was plötzlich jetzt mit allen Tools und Möglichkeiten passiert ist. Wir sind ja sechs Stationen durchgelaufen, also der Kollege kam bei uns vorbei und dann haben wir gesagt, so, jetzt haben wir so und so viele Stunden Zeit und dann sind wir quasi das Thema Visualität, das Thema Sprache, das Thema der Präsenz, bin ich ein Video, bin ich Realtime, bewege ich mich, bin ich eben ein Avatar oder nicht? Das Thema Persönlichkeit, wie fangen wir deinen Charakter, dass du sarkastisch bist und dich so und so ausdrückst, wie fangen wir das ein? Dein Wissen, dass ich alle deine Artikel kenne, das Buch, was du geschrieben hast und solche Aspekte und deine Fähigkeiten und sonstigen Skills, zum Beispiel muss man noch ergänzen, dass der einen Internetzugang hat, damit er die aktuellen Informationen kennt, was für einen Redakteur ganz hilfreich ist und nicht auf Ende 2021 mit dem Large Language Model aufhört. So diese Kapitel sind wir durchgelaufen, in drei, vier Stunden und da kommst du relativ weit. Natürlich skaliert das nicht, das ist keine Lösung, die dann ein Unternehmen nimmt und sagt, eine Woche später, super, rollen wir mal für zehn Millionen Menschen und unsere Kunden weltweit aus, aber das ziehst du dann Schritt für Schritt nach und mittlerweile ist daraus quasi eine Art Digital Twin Konfigurator geworden, das heißt, was wir noch händisch zusammen durchgelaufen sind und haben das gemeinsam gemacht, während die Person da war, das kann man jetzt quasi Self-Service in einer halben Stunde selbst durchlaufen, das heißt, die Geschwindigkeit, also was vorher Jahre in Technologien waren, das ist tatsächlich bei KI eher Wochen, geht uns, glaube ich, allen so, dass man denkt, nein, jetzt habe ich das gerade verstanden und zwei Wochen später kommen die nächsten in die Dinge, wo man sagt, doch wieder alles anders. Eine ganz banale Frage, inwieweit ist dieser Zwilling denn schon einsetzbar beziehungsweise konkret gefragt, wird er zum Einsatz kommen bei diesem großen Magazin oder ist es dann doch noch eher auf dem Level einer internen Spielerei und man sagt, in einem Zeitraum von zwei, drei Jahren kann man vielleicht mal über sowas nachdenken? Also bei dem eben genannten Telco-Unternehmen und anderen Kundenprojekten ist er im Einsatz und man kann auch direkt durchstarten für die Anwendungsfälle. Man muss sagen, dass sich die Redaktion und die Resonanz, die wir da haben, das Interesse ist groß aus einer redaktionellen Sicht, es bestehen extrem viele Vorbehalte, sage ich mal, weil man noch nicht weiß, wie man damit umgehen muss. Ich war vor ein paar Wochen bei der FAZ und SZ auf einer Digitalveranstaltung und man ist super neugierig, es waren sehr gute Vorträge auch von den Redakteuren und Redaktionsleitern dort, aber es gibt so ein bisschen intern, war die Notwendigkeit da zu sagen, liebe Fotografen, macht euch keine Sorgen, MidJourney ersetzt euch nicht und JetGPT, ihr Redakteure und Journalisten auch nicht. Das heißt, wie eigentlich alle Unternehmen, man tastet sich ran, wie viel Unterstützung, wie viel Einsatz der Technologien ist notwendig. Man hat aber auch so ein bisschen eine Notwendigkeit, für Sicherheit zu sorgen, weil das schon tendenziell auch ein Beruf ist, ich weiß nicht, ob berechtigt oder nicht berechtigt, wo sich die Leute halt Gedanken machen, was das alles bedeutet, wobei ich jetzt persönlich wahrscheinlich als Programmierer und in den nicht erwarteten Berufen mich intensiver damit auseinandersetzen würde, als jetzt vielleicht ein Journalist. Also kurz, um die ganz knapp zu beantworten, den Folgeschritt zu überlegen, wäre das nicht sogar eine sinnvolle Erweiterung, spielt es vielleicht sogar nicht den Journalisten frei, weil der Digital Twin, keine Ahnung, der schließt vielleicht auch, während ich das auf der Seite lese, das Abo ab, wo drauf kein Redakteur oder Journalist Lust hat, jetzt noch hier irgendwie irgendwas zu verkaufen zu müssen. Vielleicht kann er auch Aufgaben übernehmen, die wiederum andere Leute dann freispielen. Soweit ist es da bei weitem noch nicht. Also ich würde mich extrem wundern, ich habe jetzt noch bei uns, zumindest hier in Deutschland, jetzt von unseren Kontakten kein Blatt, kein Medienformat erlebt, die da extrem progressiv unterwegs wären. Ja, neugierig ja, aber tendenziell eher zurückhaltend. Wenn man es mal, weil du gerade sagst, man sucht halt natürlich noch nach den konkreten Einsatzmöglichkeiten. Wenn wir das mal weniger jetzt A von der technischen Seite und auch B von der Anbieterseite, sondern von der potenziellen Nutzerseite her betrachten, glaubst du, dass es schon genügend, wie soll ich sagen, Bereitschaft beim User gibt, zu sagen, ich lasse mich auf solche Dinge ein, weil ich bin da ein bisschen zwiegespalten, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich persönlich weigere mich zum Beispiel grundsätzlich mit Chatbots zu kommunizieren. A, weil ich weiß, das ist ein doofer Bot und zweitens, weil ich die meisten Bots mit zwei, drei Sachen komplett aushären kann. Also die sind so doof, dass sie mich eigentlich nicht weiterbringen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gesehen, wie innerhalb dieses heftigen KI-Booms, den wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, plötzlich Dinge für selbstverständlich gehalten werden, von denen wir vor einem Jahr noch gesagt hätten, Spinnerei. Also jeder Realschüler, der heute irgendeine Prüfung schreiben muss, geht also überspitzt gesagt zu Chat-JPT und lässt sich mal einen Entwurf seines Referates machen, wenn er schlau ist zumindest. Also kurz gesagt, wenn man es wirklich von der Nutzerseite her sieht, wo stehen wir da? Auch noch am Punkt der freundlichen Neugierde? Überhaupt nicht. Also ich glaube, also wenn wir was gesehen haben, wir sind ja auch ausschließlich im Bereich Human-Centered-Design unterwegs und was sich immer durchsetzt, sind einfach auch Technologien und Anwendungsfälle, die schlichtweg das Leben einfacher machen. Und wir haben das alle, egal ob iPhone, sonst was erlebt. Wann immer eine Generation kommt, die signifikant Komplexität rausnimmt, Dinge einfacher macht, mehr Zeit spart und diese Vorteile bringt, wird das immer überwiegen. Das heißt nicht, dass es bestimmte Bedenken geben darf, auch ethische und viele Aspekte, die mit reinfließen. Aber grundsätzlich, glaube ich mal, ist so eine Grundadaptivität immer da und das sehen wir jetzt ja auch schon, wenn man überlegt, welche Nutzungstests, Ausprobierzahlen erreicht wurden und da wurden ja die meisten Rekorde, die vorher da waren in kürzester Zeit jetzt schon gebrochen mit einem tendenziell auch mit Journey relativ technischen Thema mit merkwürdigen Brombs, wo man sich reinschaffen muss und ein halber Sprachprogrammieren sein muss, um die überhaupt bedienen zu können. Wer hätte sich sonst mit Discord auseinandergesetzt? Fürchterlich. Fürchterliches Interface, fürchterliche Bedienung, alles ganz schlimm aus Usability-Sicht und dennoch so viel Neugierde, auch eine Generation, die es halt beschäftigt. Also ich glaube, das ist absolut gegeben. Was wir halt jetzt gerade sehen ist, wir haben jetzt 15 Jahre lang die Menschen daran gewöhnt, dass Chatbots murksen. Fürchterlich. Erwartungshaltung bei einem Chatbot bei allen ist ganz leicht nicht über einer ganz schlechten Hotline, bei der ich 0, 1 und 2 drücken muss und nie ankomme. Das sind Chatbots so. Und deswegen schlägt auch die erste Generation Chat-GPT so ein. Das kennen wir ja aus der Experience-Psychologie, dass im Prinzip das Gefühl von Happiness und einer positiven Experience entsteht, wenn quasi die Erwartungshaltung, die ich hatte, übertroffen wird. Gib mir ein Chatbot. Einfach. Weil fürchterlich. So, jetzt gehen wir aber auch, wenn wir über zum Beispiel Conversational Design oder Conversational AI reden, ganz am Anfang sehr früh vor und sagen, auf gar keinen Fall an Chatbot denken. Das muss kein Chatbot sein. Wir sind heute in einem Prompting unterwegs, weil uns die nächste Generation an Interface, was wir gerade brauchen, einfach sich noch nicht entwickelt hat, weil wir einfach noch die Mechanismen, die Sprache, wir überlegen noch, wie wir mit Sprachmodellen interagieren, wie wir die besser machen können, wie wir die letzten 10% rausholen. So, lass das mal ein bisschen Reife gerade haben, kommt die nächste Generation an Experiences, an Interfaces, da kommt kein Prompt mehr vor, da kommt kein Chatbot mehr vor und dann musst du dir nämlich nicht diese Frage stellen, ob du vorbehaltest, da reingehst, du kriegst es nicht mit. Du kriegst ja heute schon nicht mit, dass in der Hälfte der Tools, die du einsetzt, überall KI drin ist. Das war halt bisher noch nicht so laut, ja. Jede Sprachbedienung, total viel Natural, Language Processing, ganz banale Geschichten, irgendwo gibt es wahrscheinlich in keiner Software gerade keinen Aspekt, der nicht irgendwo KI unterstützt ist, kannst du gar nicht ändern. Ist ohnehin schon so, wie andere Technologien auch, wie man jetzt sagen könnte und das ist glaube ich der banale Rückschluss da drin, KI ist am Ende des Tages dann auch eine Technologie wie, keine Ahnung, Java oder irgendeine Programmiersprache. Da fragt sich auch keiner, ist das jetzt mit Java oder mit Python geschrieben, ja. Und von daher würde ich schon sagen, das ist, ja, unaufhaltbar und wird in alle Bereiche reingehen und gilt, dann gibt es natürlich Anwendungsfälle, es gibt so welche, die kann man relativ einfach erschließen, wo auch nicht viel kaputt gehen kann. Dann haben wir andere, zum Beispiel jetzt bei uns im Health-Kontext, wenn du überlegst, könnte sowas, zum Beispiel ein Case, den wir haben, ist ein Schwangerschaftsguide, ein Schwangerschaftscoach, jemanden mit begleiten und denkt, wow, sensible Daten, Patientendaten, sensible Gespräche, super komplexe Themen, die extrem viel Menschlichkeit erfordern, um vielleicht Sachen aufzulösen, würde ich das im jetzigen Stand da sehen. Da sage ich, lass uns in zwei, drei Jahren noch mal reden und über andere leichtere Fälle reden. Wenn ich dagegen stelle, könnte ich ein Auto konfigurieren mit so einem Mechanismus, wo noch viel nach links und rechts gehen darf und nicht super verbindlich sein muss, weil ich keine finale Entscheidung treffe, dann sage ich, sofort machen. Funktioniert super gut, niemand möchte 1, 2, 3, 4, 5 mit dem Motor anfangen, Auto konfigurieren, jeder möchte das so machen, was ihm wichtig ist. So und dieses Spektrum gibt es, es gibt, wir unterscheiden drei Fälle eigentlich, von wo du super anfangen kannst, aus Nutzersicht, weil man sagt, ein Stimulationsmodus ist ein Thema mit einer Fragestellung, kann man sehr gut machen. Danach nimmt man sich Sachen vor, die vielleicht Transaktionen sind, so ich gehe zum Bürgeramt, ich muss einen Neureisepass beantragen, das hat ein klares Ziel, wo sich jeder vorstellen kann, super, keinen Schlank, nicht hingehen, sondern irgendwie eine ganz einfache Unterstützung, die sagt, fertig, kann man sich auch vorstellen und der dritte ist eben der unsichere und etwas unbekanntere, wo ich jetzt nicht sagen würde, jeder, der sagt, er hat da im Laufe des Jahres irgendwie eine sehr, sehr gute Lösung am Start, das gilt aber für alle drei, der blöfft und der nimmt den AI halb gerade mit zu sagen, das ist da irgendwie drauf. Die richtig guten Anwendungen werden wir nächstes Jahr sehen, dieses Jahr wird so viel noch, jeder, der Chat-GPT tiefer legt und versucht Enterprise-Anwendungen zu bauen, wird sofort sehen, was alles fehlt, um da Schritte weiter zu kommen, das entsteht, das entsteht rasant, aber ich glaube so, die richtige Magie dann in der Fläche, das werden wir ab nächstem Jahr dann beobachten. Weil du gerade so von Zukunftsdingen sprichst, vom nächsten Jahr und auch von Zeiträumen von zwei, drei Jahren führt, das, was du jetzt gerade sagst und auch das, was ihr jetzt mit diesem durchaus fortgeschrittenen Experiment des digitalen Zwillings selber gemacht habt, nicht letztendlich auch zu einer massiven Veränderung von dem, was, ich nenne das jetzt mal so, das gute alte HTML-Netz ist. Also das HTML-Netz ist so eins, du hast halt eine Seite, du kannst ganz grob irgendwas suchen, du kriegst viele Möglichkeiten ausgeworfen, darauf basiert Google ja bis zum heutigen Tag noch und was du dann daraus machst, es ist dann letztendlich dein Ding. Das, was du schilderst, ist eigentlich etwas, wo du sagst, nee, nicht unbedingt diese Zuckerberg-Idee vom Metaverse, wo ich mit einer Kilo schweren Brille davor sitze, aber eines, das eindeutig kommunikativer, zielgerichteter ist, mehr auf Interaktion ausgelegt ist und wo vor allem die große Verwirrung, nämlich, dass du 500.000 Antworten bekommst auf irgendeine Frage, die du bei Google stellst, dass die möglicherweise weg ist. Könnte es sein, dass das Netz und damit verbunden auch das, was Unternehmen und auch Redaktionen im Netz machen müssen, eher in diese Richtung geht, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, oder sagst du, nö, das ändert jetzt erstmal am Netz nicht allzu viel? Zu 100 Prozent. Stell dir vor, du hättest die Entwicklung der Large Language Models in den 80ern gehabt und danach wäre jemand um die Ecke gekommen und hätte gesagt, ja, wir haben hier mit so einem Netzwerk rumgespielt und das könnte so in Richtung Internet, HTML gehen in den 90ern, wir führen das ein. Dann hättest du, glaube ich, keinen Mozilla-Browser nach der Mechanik und wir haben den heute 30 Jahre lang Browser, wir haben immer noch das gleiche Interface, Suchfeld, Suchmaschine, indizierte Suchtreffer und ich muss fünfmal klicken, bis ich die Information gezeigt kriege, wenn überhaupt, die irgendwo auf der Seite, die war, warum ich initial angetreten bin. Nichts hat sich geändert in 30 Jahren. Und das wird sich komplett auf links drehen. Also da, und das ist auch nicht damit getan, wie es jetzt gerade alle machen, dass sich bei jedem Eingabefeld ein bisschen Co-Pilot, Naida hinterhängen, wir müssen das komplett neu denken vom Browser über den Zugriff. Brauche ich einen Browser überhaupt noch? Oder kann ich von Devices, Betriebssystemen einfach in Zukunft sprachlich direkt starten? Warum den Umweg machen? Warum den Umweg machen? Ich habe so viele Assistenten und Möglichkeiten, so eine Konversation zu starten, die, wie gesagt, kein Chatbot und auch keine sprachlich gemeinte Konversation ist, die einfach nur sagt, ich setze in irgendeiner Art ab, ich muss bestimmte Sachen erledigen und da wird so viel so automatisch gehen, dass ich einfach dieses ganze Suchphänomen, also diese Ära Google ist halt, ist die Antwort auf alles, die wird weg sein. Also die wird in der Dekade wird die weg sein, da werden wir ganz andere, neue Zugänge und es ist höchste Zeit, dass auch Internet da mal neu gedacht wird. Das wird hundertprozentig kommen, weil es einfach einfacher wird. Ich glaube nicht, dass die Suche weg ist, weil es wird immer Alternativen geben. Das ist wie mit den Medien, die sich nie komplett ersetzen. Du brauchst natürlich die Zugriffe und es gibt auch gute Berechtigungen, wenn du stöbern willst, weil du sagst, nein, jetzt bewusst Suche, klar, aber das wird nicht mehr diese Dominanz haben. Kai, zum Schluss dieser neuen Folge von D25, eine Frage, die ich dir deswegen stellen muss, weil A, ihr letztendlich jetzt ein Beispiel für ein Medienunternehmen gebaut habt und weil ich selber Journalist und Medienproduzent bin, heißt das letztendlich, was du da gerade sehr überzeugend schilderst, nicht auch, dass sich eigentlich der ganze Journalismus, die ganze Form, wie wir Medien verstehen, schon wieder ändern muss. Also ich frage deswegen unter anderem nach, weil es ja immer noch Tageszeitungsverlage gibt, die kommen jetzt gerade mal in der Welt des Internets an, aber wenn ich das richtig deute, was du jetzt in den letzten 20 Minuten erzählt hast und wenn ich das weiterdenke, dann bedeutet doch Journalismus irgendwann in drei, vier, fünf Jahren oder am Ende dieser Dekade, wie du es gerade gesagt hast, was ganz was anderes als eine schwergängige Webseite ins Internet zu stellen und vielleicht noch eine App dazu, auf der dann bei den 21 Nachrichten, bei den nächsten 500 Nachrichten stehen und dann kann ich mal gucken, was mich interessiert. Also wenn ich das richtig deute, würde ich sagen, Journalismus der Zukunft hat ganz viel auch mit, nennen wir es mal, KI-gesteuerter Kommunikation mit dem User zu tun. Also ein journalistisches Chat-GPT-Unternehmen oder weiß ich, wie ich es besser formulieren kann. Nee, es ist höchste, also allerhöchste Zeit und was ich nur empfehlen kann und deswegen haben wir um diesen Digital Twin auch eine Masterclass aufgemacht, die super ankommt, die einfach nur sagt, einmal bitte Fallschirm springen, einfach einmal reingehen, ausprobieren, das Durchlaufen, Experimente machen, sich damit auseinandersetzen, das heißt noch lange nicht für alle, oh, jetzt kommt das alles und ersetzt uns, aber es bedeutet, wir können mitreden, wir probieren es aus und wir sind nah dran und das ist so extrem wichtig, das mitzunehmen und nicht zu sagen, wir verbannen das, sondern zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir tatsächlich uns mit eigenen Modellen beschäftigen, könnten wir unser eigenes GPT bauen. Dann haben wir auch unser Urheberrecht, das sind unsere Geschichten, das ist nur trainiert von unseren Journalisten, das ist eine Erweiterung, das ist eine Hilfestellung, niemand wird hier ersetzt, aber wir sind mal dabei, also wir sind dabei, wir benutzen das mit und zwar unter unserer Kontrolle, statt abzuwarten, was passiert. Gleiches gilt für die Bilder, wo man auch überlegen könnte, wann macht man was eigenes da draußen und das ist ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen, aber dieser Prozess, wie andere Index-GPT, Finance-GPT, sich jetzt damit auseinandersetzen, ihre Sprache in diese Modelle reinzubringen und zu sagen, wir adaptieren das wie jede andere Technologie auch, aber halt nicht am Ende des Reifegrades, wenn es irgendwie alle gemacht haben, weil die Geschwindigkeit ist zu hoch und deswegen, ich kann es nur extrem, extrem anraten, nicht nur darüber zu schreiben, sondern selber den Raum zu schaffen, Experimente zu machen und wirklich zu wissen, wir haben das selber ausprobiert in einem geschützten Raum, in bestimmten Bereichen, weil es so einfach ist, so schnell gerade geht, ist alles, weil das wird kommen, das wird viel neu definieren und das wird auch den gesamten Zugriff auf Informationen, die SEO-Text, die Texte für Suchmaschinen, die werden natürlich ersetzt werden durch, welches Modell findet wie Informationen und kann mir natürlich diese Antworten geben, ja, also das wird natürlich das alles durchsetzen, durchdringen und wieder auf ein neues Level hemmen, idealerweise gar nicht so kompliziert, weil die Modelle so gut sind, dass ich gar nicht so viel beachten muss und brauche nicht Metadaten und tausend Sachen, die zu berücksichtigen sind, aber ja, inklusive vielleicht noch einen Schlussgedanken mit eines der schönsten Sachen, auch jetzt so einfach für uns da, als der Human-Centered-Designer, was spannend ist, wir lernen so viel über Sprache, über Interaktion, miteinander durch die Tools, das Erste, was die Kollegen, das habe ich eben unterschlagen, ja gebaut haben, ist die Grumpy-Version von mir, es gibt die Grumpy-CEO-Variante, die trainiert wurde mit, du magst deine Mitarbeiter nicht und bist fürchterlich drauf und die ist super, die wird immer mal reingeworfen, wenn jemand Urlaub haben will oder wenn die Performance eines Teams hinterfragt wird und Grumpy Kai liefert immer, der macht alle rund, das sorgt aber bei allen anderen im Raum, inklusive mir dafür, A, lässt mich das gut aussehen und B, werden Dinge angesprochen, die keiner ansprechen würde, das ist bereinigend, das macht uns menschlicher, weil bestimmte Sachen dann diese Funktion übernimmt, ganz banal und das finde ich eigentlich schön, wir lernen so viel über Sprache, über gut sprechen, über gut kommunizieren, jeder hat schon mal gedacht, er hätte einen guten Prompt geschrieben und wundert sich, warum das Bild Mist ist und stellt dann fest, oh, habe ich viel vorausgesetzt, was ein Mensch sofort verstehen würde, die Maschine aber halt nicht und schon merkst du, klarer, besser, gut kommunizieren, das finde ich schön, also das ist auch durchaus eine für uns sehr bereichernde Entwicklung, finde ich, bei allen Sachen, die wir noch durchschiffen müssen. Super, super spannend, lieber Kai, ich könnte noch, ich glaube, zwei Stunden mit dir weiterreden, aber ich glaube, da würden wir dann die Geduld von Hörern doch wieder überstrapazieren und vermutlich wirst du uns das alles in fünf Jahren dann mal als die Podcast-Kai-Version deiner selbst erzählen können oder was auch immer, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, das war ganz ehrlich für mich mit das Spannendste, was ich seit langer, langer Zeit gehört habe und toi, 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 das war wirklich richtig klasse, vielen Dank. Sehr gerne, lieber Christian, vielen Dank. So, Untertitelung des ZDF, 2020